Das gefällt mir doch schon. Kann ich hier auch wieder raus? Ich glaube, ich bin hier gar nicht raus. Boah! Das war doch nicht schön. Aber hier ist ein Schildringer. Wo sind jetzt reingeguckt? Boah! Du Arsch! Wer? War leider nur einer geschmückt, egal Keine Ahnung Mit der Bluterei aus, Mike Noch ein Nade So Fette Sau Hab leider keine andere Möglichkeit, als mit einer Granatenwaffe zu schießen Doch ich könnte eine andere Waffe aufheben Aber das würde ich eigentlich vermeiden Ich will nächstes Mal ein bisschen lauter Ich will nächstes Mal ein bisschen lauter Lecker Schweine für mich Da ist mal die Sohn für meine Waffe Oh 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 Jetzt hab ich keine andere Wahl mehr Jetzt kann ich ja raus, juhu Hunter damit Oh Uncool Aber echt Oh ich glaube hier kommen nur die Gegner her Ich könnte aber das Tor hier aufmachen Oh T-Laser? Ach das ist doch wieder die Und go Ladebildschirm, yay Du kannst gefrorene Gegner exekutieren Ich hab nur noch keine gefrorene gesehen Noch mal ein Schluck trinken Was ist das? 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 Da drüber wahrscheinlich Oder auch nicht Da lang Warum? Komm dich jetzt einfach mal Nein Ich hänge Ich hänge Ich glaube, hier geht es gar nicht lang Oder? Nope Die Tür geht doch nicht zum Spaß auf Jetzt hört es aber auf mich zu ärgern hier Was ist denn hiermit? Da ist doch was drin, oder? Ah, da ist ein Fässer Die aber nicht kaputt Ich glaube, hier soll es auch nicht schieben Hä? Was war das? Ich schieße noch meine ganze Milizierung Oh Da ist ja nichts Da ist das Da ist so Du hast dich Du hast die ganze Welt Du hast mich Und du hast es Du hast Du hast Ich Du hast Du hast Du hast Dein Du hast Du hast Du hast Du hast Du hast Untertitelung des ZDF, 2020 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 4 steht in den Du musst auch lesen, was da draufsteht. Oh, die will ich auch noch haben. Ja, damit. So, eins noch, vermute ich. Das müsste es ja gewesen sein. So. Ich lege hier noch mal was. Es ist ja jetzt schon am Boden. Und du? Oh. Hoch komme ich da trotzdem noch nicht. Da denkt man, man hat es gelöst. Hat es aber irgendwie doch nicht. Gibt es hier denn noch einen Fass? Das fahren doch eigentlich alle. Ah. Okay, ich verstehe. Nein! So knapp. Ja. Bei Portal 2 bin ich nicht so lange in den Levels hängen geblieben wie hier. Ich habe langsam die Befürchtung, dass das Spiel nichts damit geben wird. Ich schätze hier noch mal 8 Stunden. Das heißt, ich werde das Spiel schneller durchgespielt haben als hochgeladen. Das ist sowieso logisch. Der ist denn nicht. So, jetzt muss ich leider die Waffe wechseln. Was ist denn das? Oh. Oh. Abgefahren. Es macht schon Spaß, muss ich schon sagen. Also, ich habe schon Bock weiter zu spielen. Ich weiß nicht woran es liegt. Wahrscheinlich am Humor. Denn Ego-Shooter-mäßig ist es ja Standard. Hier mal ein Rätsel. Da mal ein paar Gegner. Da mal ein Boss. Oh. Fette Sau. Okay. Yz-Zo.